Möge die Macht mit dir sein! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jedi Academy. Wir haben gerade einen Druiden von Tatooine geholt und erwarten unsere nächste Mission. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Als Kyle und ich das abgestürzte Shuttle untersuchten, hat jemand in meinem Quartier meine Aufzeichnungen durchwühlt. R2 versucht herauszufinden, was sie suchen. Das war die rote Twi'lek-Frau, die so... War das eine Twi'lek? Vielleicht. Die rote Frau, die so, ähm, sich durch sein... Was macht dein Training? Ich war auf ein paar Botengängen. Nichts wirklich Spannendes. Bei mir auch nicht. So scheint das Training wohl abzulaufen. Dachte, das wäre nur bei mir so. Meinst du, dein Meister hält dich bewusst zurück, damit du ihm nicht am Ende zu mächtig wirst? Wie kannst du sowas sagen? Also, Kyle scheint meine Talente nicht wirklich zu fördern. Ich war schon auf ein paar Missionen mit ihm, aber an die richtigen Sachen lässt er mich nicht ran. Hm. Vielleicht hat er ein Auge auf dich, wie du die Einsätze erfüllst. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich weiß nicht. Was meinst du, Jaden? Also, ich... Bereit für eine Mission? Störe ich gerade? Nein, kein bisschen. Ich bin bereit. Los geht's. Cool. Okay, das war... Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Spezielles noch. Dann haben wir noch drei Missionen hier in dieser, ähm, der ersten Mission abzuschließen. Es gibt, glaube ich, dreimal fünf Missionen. Vielleicht auch mehr. Auf jeden Fall kriegen wir, wenn wir hier die alle gemacht haben, kriegen wir neue Missionen zur Auswahl. Wir machen Soforthilfe Bakura. Mal schauen. Die Offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über eine Energiestation in den Bergen übernommen. Sie haben ein Team zur Analyse entsandt, doch dieses hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wer auch immer die Station eingenommen hat, soll gestoppt werden. Doch die Station selbst muss unbeschädigt bleiben. Sie liegt auf einem ruhenden Vulkan. Und falls man sie zerstört, könnte der Vulkan die stark bevölkerte Stadt vernichten. Die Bakurianer suchen jemanden, der die Einrichtung infiltriert und die Pläne der Gruppe durchkreuzt. Also die könnten genauso gut die Pompejana genannt werden, die Bakurianer. Die haben ein Kraftwerk auf einem Vulkan gebaut. Wahrscheinlich ein vulkanisches Kraftwerk. Und da sitzen jetzt Terroristen drin. Hm. Das klingt nach einem Auftrag für mich. Für Jaden Coa. Kyle ist nicht an der Akademie, aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Das werden wir ja sehen. Das werden wir sehen. Okay. Ein weiterer Machtpunkt. Weiter in Heilung. Heilung ist so cool, ja. Oder wir gehen in Richtung... Ja, wir gehen auf Machtwürgegriff. Ich weiß doch. Das ist... Muss gesehen werden, ja. Machtwürgegriff muss sein. Oh, und da unten stehen auch meine Mächte, die ich habe. Machtwürgegriff taucht da direkt auf. Dann können wir Leute würgen. Hm. Wo bist du, Kyle? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ich kann nicht warten. Ich muss etwas tun. Ganz genau. Du kannst es alleine. Oh. Da war schon jemand hier, so wie ich. Der Druiden zerstört und vernichtet. Gut, wir haben volle Lebenspunkte. Wir haben das Lichtschwert. Ich habe all meine... Oh. Das sieht nicht gut aus. Ich habe all meine Waffen. Und fangen wir doch einfach an. Frontalangriff auf die Energiestation. Das erscheint mir am sinnvollsten im Moment. Ja, vielleicht kommen wir hier durch rein. Nö. Ich glaube, Kyle würde das Ganze auch zu einfach gestalten. Weil der hat ja alle Mächte schon voll. Für den ist das ja alles keine Herausforderung. Hm. Okay. Schilde liegen da. Gehen wir zuerst nach links. Oh. Oder auch nicht. Ja. Ah. Haben die da Sprengladungen angebracht? Die Republik wird selbstgefällig. Sie unterschätzen uns. Das erinnert sie daran, was mit Verrätern passiert. Okay. Da kommt anscheinend nicht mehr. Ich dachte... Okay. Los jetzt. Okay. Schauen wir uns um. Überall liegen diese Kanister rum. Hm. Das ist nicht gut. Sie wollen die gesamte Anrichtung in die Luft jagen. Ich muss den Countdown stoppen. Oh ja. Entschärfen sie fünf Bomben der Imperialen. Fünf Bombenmännchen. Wo? Hey. Echte Sturmtruppen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh. Was für ein Geschenk. Das ignorieren wir da unten. Ich brauche keine Schilde. Stirb. Hey. Stirb. Das Imperium. Oh. Ja. Das ist meine Pistole. Benutze ich eigentlich nicht. Aber hierfür ist sie wahrscheinlich ganz nützlich. Fünf Sprengsätze entschärfen. Oh. Hi. Unsichtbarer. Hahaha. Ihr könnt euch nicht vor der Macht verstecken. Nein. Auf gar keinen Fall. Oh. Das ist einer mit einer Schrotflinte. Der ist... Oder ein imperialen Schnellfeuergewehr. Der ist sehr mächtig. So. Fünf Bomben soll ich immer noch entschärfen. Ich... Ja. Oh. Okay. Bis zum nächsten Mal dann. Hahaha. Ja. Okay. Okay. Wir versuchen da durchzukommen. Mal sehen. Also da kann ich wohl einfach mal... Da kann ich wohl laufen. Speichern wir das Spiel zur Sicherheit nochmal ab. Nehmen wir eins dieser Ja-Win-Speicher-Pünktchen. Hier kann ich durchlaufen. Hier kann ich hüpfen. Und schon bin ich durch. Kein Problem. Oh. Hi. Na komm. Geh kaputt. Stirb. Oh. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Eine Code-Karte. Hier in diesem Spiel. Schauen wir mal, ob ich die finden kann. Oh. Hallo. Na. Die sind mir aber zu gefährlich hier platziert. Da hüpfe ich doch lieber. Ich könnte wahrscheinlich Thermal-Detonatoren benutzen, um die in die Luft zu jagen. Hm. Kann ich da drunter durchrollen? Machen wir erst mal die hinter mir kaputt. Das geht ja von hier. Und dann. Oh. Oh. Oder damit. Ist das überhaupt die Schrotflente? Ich glaube, das ist gar nicht wirklich die Schrotflente. Mal schauen, ob das was hilft. Ne. Das war es nicht. Hm. Na dann. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als da. Oder auch nicht. Okay. Ging dann doch ganz einfach. Und ohne Große. Ach was. Gib auf und sterb. Heißt das. Oh. Sie haben eine Code-Karte. Vielen Dank. Das wäre doch absolut total nötig gewesen. Ja. So ist fair. Schilde wieder aufgefüllt. Blaster wieder aufgefüllt. Oh. Gib's doch auf. Ihr müsst sie auch besser anbringen. Kein Wunder, dass sich keiner ernst nimmt. Hallo. Ja. Hier ist jemand. Und ich würde dich ja runterschubsen, aber ich brauche all meine Konzentrationen, das zu entschärfen. Oh. Cool. Oh nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich wieder hoch. Kann man wieder hochfahren? Ja. Ich will ein bisschen snipern. So. Hm. Mach's gut. Und das hast du gemerkt. Natürlich hast du's gemerkt. Aber mit der Waffe triffst du mich hier oben sowieso nicht. Gut. Fahren wir nach unten. Fahren wir wirklich nach unten? Ja. Wir fahren wirklich nach unten. Vielleicht ist ja hier direkt noch ein Sprengstoff... ... ... ... ... Ja. Das ist ein Fachbegriff. Ding. Hm. Wäre nett. Dann halt nett. Ist ja auch kein Beinbruch. Wir haben zum Glück die Sprungkraft. Nutzlosers kleines Gebiet hier unten. Gehen wir rein. Setzen die Code-Karte ein. Die wir ja bekommen haben. Und ich könnte mich heilen. Ich kann das jetzt sogar ein bisschen im Laufen machen. Glaube ich. Weil ich zwei Punkte drin habe. Aber wir wissen ja hier unten... ...ist irgendwo die Code-Karte. Oh. War das genug als Ausweis? Hey. Okay. Fernkampf. Ja. Sterbt. Sturmtruppen. Hahaha. Es macht einfach Spaß. Ja. Es macht einfach Spaß, Sturmtruppen umzubringen. Die Code-Karte hat die Tür geoppt. Oh. Ach. Das haben wir doch schon freigeräumt von da oben. Also war das gar nicht so nutzlos, sich hier rumzutreiben. Energie sparen, ja. Sonst muss ich die Batterien wieder wechseln in meinem Lichtschwert. Das will ja nur wirklich... Oh. Was? Heilige. Waldfee. Das wäre es fast gewesen. Was auch immer das war. Das wäre es fast gewesen für mich. Hey. Das ist nicht fair. Ich hatte dich. Jetzt habe ich dich wirklich. Okay. Hier brauchen wir wieder eine Code-Karte für. Eine andere wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, ob ich das Ding hier benutzen darf. Ja. Ich darf. Uh. Ist das langsam. Na dann. Oh. Hi. Hätte ich fast nicht gesehen. Was für ein Versehen. Oh. Da hinten ist der nächste. Und kabumm. Was? Okay. Du bist tot. Ich dachte schon, er hätte das irgendwie überlebt. Dann hätte ich ihm eine Medaille verliehen. Denn das überlebt man nicht einfach so. Noch drei. Drei nur noch. Ja, hier hinten wird keines mehr sein, die werden kein, die dann da keines mehr hingebaut haben. Wobei, Redundanz, 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 Redundanz. Ah, sie haben ein Versteck gefunden. Ah, sie haben ein Versteck gefunden. Ein kaum verstecktes Versteck, aber ein Versteck. Wunderbar. Ich werde natürlich auf keinen Fall hier irgendwie alle Verstecke pro Level finden. Aber das weißt du ja schon. Denn ich habe in dem davor hergehenden, glaube ich, kein einziges gefunden. Was ist das denn hier für eine tolle Energiestation? Ja, hier ist jemand. Oh, da fällt mir ein. Wir haben Macht im Würgegriff noch nicht probiert. Oh. Du Armer. Lass mich dir helfen. So. Das kommt mir doch sehr bekannt vor hier. Da waren wir schon mal. Dann gehen wir jetzt zu dir. Oh. Oh, Raumleben? Hm, nicht mehr lang. Oh. Oh, cool. Gehen wir hier runter. Ist das... Na, das scheint mir der Weg zu sein, wenn man runterfällt, dass man wieder hochkommt. Eher mehr als alles andere. Gut, Code-Karte. Habe ich leider keine aufgehoben. Keiner in der Nähe gewesen bis jetzt mit einer Code-Karte wieder. Oh. Hallo. Nette Granate. Oh. Die war echt gut. Dafür. Schubs ich dich. Runter. Da muss er Luft holen, wenn er bis unten den ganzen Weg lang schreien will. Oh ja. Das geschieht ihm auch recht wegen der Granate. Das gehört sich einfach nicht. Oh. Das ist definitiv zu weit für mich. Bist du ein Fahrstuhl? Vermute ich nicht das Beste hier, auf dem Ding rumzuhüpfen. Vielleicht bricht es ab. Ne, aber da komme ich nicht hin. Oh Gott, hattest du die Karte? Nein. Du hattest nicht die Karte, oder? Das wäre... Das wäre zu schlimm. Hm. Dann gehen wir jetzt... Auf... Da hinten ein. Ja. Oh, ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht drunter falle. Gucken wir uns hier hinten um. Könnte ja sein, dass hier so etwas ist, was wir suchen. Hm. Ja, das sieht doch ganz gut aus da unten. Oh, knapp. Dachte ich wäre tot. Ich hatte gedacht, ich wäre tot. Aber nein, Glück gehabt. Lebenspunkte. Immer her damit. Kann man nie genug haben. Genauso wie Munition. Ich habe nur noch 90 Schuss für diese Waffe. Die Waffe, die man immer... Die man in der Hand hat, wird zuerst geladen. Ist, glaube ich, die Regel. Also, das macht dann Sinn. Auf das Scharfschützengewehr zu wechseln, weil ich das ja doch sehr gerne habe. Uh, da geht es weit nach unten. Also, nicht unbedingt das, wo wir hinwollen. Ich gucke noch mal nach der Leiche von dem einen Offizier, der hier die Bombe bewacht hat. Denn, der wurde ja durch mein Scharfschützengewehr erschossen. Wo ist die Bombe? Und hat es überlebt. Also, sein Körper hat es überlebt. Das heißt, er hat vielleicht die Keykarte bei sich. Ja, hat er. Gut. Darauf muss ich achten. Das passiert also mit Leichen, die Keykarten haben. Was wäre wohl passiert, wenn ich ihn gelockt hätte? Zum Abgrund und runtergeworfen hätte? Hätte er dann die Keykarte fallen gelassen? Man kann es hoffen. Aber, haha, wissen tut man es natürlich nicht. Oh, hi, ich sehe dich. Mach dir da mal keine Hoffnung. Ich habe auch den Kameraden oben gesehen. Na, okay. Benutz doch mal die Schnellfeuertaste. Bist du tot? Ja, du bist tot. Uiuiui. Dramatischer Sif. Okay, geh mal runter. Ah, Schilde. Perfekt. Hahaha. Und wieder weg. Und wieder raus. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ein Lichtschmerz zu haben. So. Rot und blaue Flüssigkeit bewegt sich da. Okay. Kontrollpunkt. Hm, was haben wir denn da unten? Ja, da werden wir schon früh genug hinkommen. Bleiben wir erstmal oben. Ist da jemand? Nein. Nur der Wind. Keine Angst. Ist nur der Wind. Oh, das muss wehgetan haben. Oh, ja. Und hüpfen. Was bewegt sich da? Nichts. Nichts, 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 nichts. Ist alles gut. Hahaha. Du hast ne Kickcard. Das haben wir jetzt gelernt, ja. Da unten ist auch... Oh, hi. Ähm. Okay. Hallo. Lass uns hier in diesem tollen Reaktorraum kämpfen. Nur noch zwei. Ja, und eine weiß ich schon, wo sie ist. Perfekt. Dann haben wir alle Bomben entschärft. Und dann kann Kyle endlich kommen und uns retten. Hallo. Oh, bin ich auf dir gelandet? Tut das weh? Hast du Kopfschmerzen, Schatz? Komm her, komm her. Oh. Ich kann dich sehen. Na dann, schauen wir uns um. Vielleicht hast du wirklich ne Kickcard. Nein, du nicht. Okay. Da unten ist noch ein unsichtbarer. Oh. Das war knapp. Nicht, dass die Bombe noch hoch geht. Ein einziger noch. Ja, nur noch eine einziger. Dann haben wir unsere Mission erfüllt. Oder teilweise. Bisschen interessant, als die unidentifiziert waren, die Terroristen. Das sind Hinterbliebene. Das müsste doch jeder wissen, wer das ist. Upsala. Oh, was haben wir da oben? Help. Help brauche ich nicht. Aber das hier nehm ich doch. Immer gerne, ja. Und mehr Munition für dich. Oh ja. Scharfschützengewehr macht Spaß. Ich glaub, das nehm ich jetzt jedes Mal mit. Das ist ne... Ne nützliche Waffe wegen dem Zoom. Natürlich, klar. So, ähm. Okay, ich könnte den Fahrstuhl hier holen. Machen wir das doch auch mal. Nett, dass ich in die Richtung gehen muss. Hm. Oh, nein. Muss ich nicht. Neue Gegner. Im alten Gebiet heißt immer, der Rückweg ist richtig. Ja, ich bleib, wo ich bin. Ja, ich bleib, wo ich bin. Keine Angst. Oh. War das denn, Kopf? Der ist schlauer. Ich muss das auch nicht so komplett aufladen, aber ich mag es einfach. Es macht einfach zu viel Spaß, das komplett aufzuladen. Okay. Heilo. Und dann schauen wir nach draußen. Wenn jetzt hier wieder Gegner sind. Okay. Schieß doch. Ich halte mich nicht zurück. Oh. Hast einen Arm verloren. Du arme Sau. Beziehungsweise, ja, einarmige Sau. So, aus der Richtung kamen die Gegner. In die Richtung gehe ich zurück. Ah, es ist schön, wenn ein Spieler ein bisschen leitet. Oh, hallo. Warte mal eine Sekunde. Ich habe da noch was zu erledigen. Was? Kann ich dir irgendwie helfen, ne? Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ah, ha, ha. Du weißt, was ich machen will, ne? Du bist gar nicht immer so doof. Stürm. So, dann ist natürlich die Frage, hier hinten? Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Oh, das geht ganz um. Oh, ja. Hier hinten. Uh, da war ich überrascht, dass ich nicht tot bin. Wir könnten das Ding auch nochmal eine Weile testen. Hier, ähm, das Gerät. Das hat, glaube ich, zwei Feuermodi. Und das da. Ja, das ist nicht komplett ischrot, finde ich, aber es ist was sehr, sehr lustiges. Oh. Gleich habe ich euch. Oh. Ihr armen Säu. Keine Chance gehabt. Oh, Code-Karte. Wunderbar. Hallo. Die Gegner reagieren auf die Entfernung gar nicht auf mich. Wie beleidigend. Aber die Code-Karte passt hier rein. Da haben wir mehr Minen. Hm. Tja, gehe ich den Weg mit den Minen? Ja. Wir gucken mal, was da hinten drin ist. So. Dann hüpfen. Ja, natürlich. Was hinten drin ist, ist das Ding. Oh, ja. Ich brauche die Munition dringend. Ich glaube, die andere Waffe verbraucht auch diese Munition. Die Waffe hier. Und die teilen sich die Munition. Und die. Und anscheinend. Ne, die teilen sich nicht die Munition. Hm. Ich verbrauche einfach zu viel Munition. Von meinem Scharfschützengewehr. So. Ah. Jetzt verstehe ich, wo wir langgelaufen sind. Hier sind wir reingegangen und da sind wir am Ende wieder rausgekommen. So. Wo ist nun der letzte? Wo ist nun die letzte Bombe? Ich muss irgendwo eine übersehen haben. Das ist natürlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah. Gucken wir hier rein. Hier bin ich reingegangen. Das heißt, wir gucken da oben lang. Das macht wahrscheinlich alles keinen Unterschied. Ah. Wunderbar. Entschärft. Was? Ich gehe besser zurück zum Schiff. Den Weg kennen wir ja jetzt. Vielleicht ist der auch wieder bevölkert mit Gegnern. Mal sehen. Vielleicht haben sie sich das auch besser überlegt. Oh, hi. Hey. Hey, hey, hey. Bleib da. Ich habe mit dir ein Hühnchen zu hopfen. Oh, ja. Stört. Wenn man in Würgegriff mehr Punkte setzt noch, dann kann man sogar Leute damit hochheben. So wie darf Vader hochheben über eine Klippe führen und fallen lassen. Macht sehr viel Spaß. Das wäre jetzt hier zum Beispiel ganz nützlich gewesen. So, mein Schiff ist da hinten. Das passt also. Schauen wir mal. Wir haben die Mission im Prinzip erledigt. Zwar kommen überall noch Sturmtruppen her. Das sieht gut aus. Gehren sie zum Schiff zurück. Dann bin ich mal gespannt, warum Kai... Entschuldige, dass ich es nicht nach Bakura geschafft habe. Aber du hast dich wohl tapfer geschlagen. Hey, vielen Dank. Und das war es auch schon wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020